Vor ein paar Tagen hat mich Julian geprankt. Er hat ein Hero-Team im Mind the Gap gegen mich benutzt. Heute gibt es die Rache-Beller. Ich werde mit einem saftigen Full-Team-of-the-Hear gegen den guten Julian spielen. Das wird auf jeden Fall witzig. Ich bin auf seine Reaktion gespannt. Let's go! Hey, oder was geht? Hier sind Julian und Julian ist damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Heute wieder das Prime-Mit- oder WM-Icon-Pack am Start, 88+. Und heute machen wir ein Past-and-Present-Glücksrad-Video um die Icon mit den Vereinen, bei denen der Kollege gespielt hat. Und ich bin gespannt, was da heute rauskommt. Die letzten Packs waren jetzt nicht so erfolgreich, vor allem bei dir, ne? Ja, also kann eigentlich nur besser werden als ein Lit-Mahnen-Prime. Ich muss jetzt allerdings erstmal ganz kurz in die Web-App wechseln und das Ding ziehen. So, Julian hat das Ding in der Web-App geöffnet, wird jetzt gleich ein Stat-Reveal machen. Jetzt ziehe ich schon mal mein Pack und das wird hoffentlich was Gutes. Das ist keine World-Cup-Icon. Es wird HG. Die Prime immerhin, aber ja, das, meine Freunde, war's mal wieder, komplett. Okay, dann machen wir jetzt ein Stat-Reveal. 83 Physis, 90 Ausdauer. Ja, ist schon mal nicht schlecht. Und es ist was Offensives. Der Dribbling-Stat verrät, finde ich, immer direkt so viel. Der muss jetzt gut sein und der ist beschissen. 81 Beweglichkeit. Ja, passen ist stark, schießen ist stark, Tempo ist, ja, Sokrates. Äh, das ist, ich glaube, der Mid, kann das sein? Wie viel hat der? Ach, 89 und ist 120.000 Münzen wert. Perfekt, Digga. Da haben wir mal wieder richtig reingelackt, Freunde. Da würde ich sagen, wo hat denn der HG gespielt? Fahrruhl, Constanta, Sportruhl, FCSB, Real Madrid, Barca, Galatasaray. Oh, okay, da geht ein bisschen was. Ja, bei mir ganz viele brasilianische Vereine, die es alle nicht gibt. Und der AC Florenz. Also, das ist ziemlich sinnlos, tatsächlich. Aber ich kann ja zumindest noch Brasilien mit draufschreiben. Ja, Brasilien-Feed AC Florenz. Okay, dann starten wir mal rein. Ich würde mal im Tor anfangen. Und ja, bei mir ist Brasilien und Florenz auf dem Rad. Also, das wird spannend. Legen wir los. Alles klar. Dafür sind bei mir sehr verquatschte Vereine am Start. Zweimal aus der rumänischen Liga. Einmal Serie B. Also, es könnte ein bodenloses Team geben. Ja, bei mir kommt ein Brasilianer ins Tor. Erst Spezial und dann Gold und so weiter, ne? Äh, ja. Es wird bei mir der FC Barcelona tatsächlich direkt. Das ist natürlich cool. Und es wird Ousmane Dembélé. Das ist ja mal richtig gut. Hätte schlechter starten können. Bei mir, ich habe erst nach Spezial gesucht. Aber dann kam dieser Conme-Ball-Typ. Das ist ja keine Spezial-Karte. Habe ich nach Gold gesucht. Und dann kam Neto von Bournemouth. Oder so. Nice. So, ich würde beim rechten Flügel weitermachen. Ich beim Rechtsverteidiger. Uh, los. Okay, let's go. So, dieses Mal wird's Real Madrid, Junge, das Rat gönnt. Junge. Ähm, also dafür, dass ich so schlecht Vereine auch drauf hab. Ja. Der war einfach bei Real und Barca, der Ehrenbruder. Und das wird Valverde. Der könnte ja noch ins Team of Deer kommen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass Haaland kommen wird. Ja, denke ich auch. Ich habe den auch gewählt. Ja. Bei mir wird's Dodo. Das habe ich gar nicht gesagt auch. Hatet uns. Ja, hatet uns. Komm. Dodo vereint meine beiden Kategorien. Das ist ein Brasilianer von Florenz. Ja, den habe ich sogar als SBC. So, Innenverteidiger wird bei mir. Denkt mal, Chemie wird sowieso gut bei der Auswahl. Es wird aber wieder Florenz. Bei mir wird's Farul Constanta. Das erste Mal die rumänische Liga. Nee, ehrlich, ist cool. Bei mir wird's Martínez Quarta. Ein Antinja. Klingt klasse. Und, äh, ja. Es gibt kein Spezial. Es gibt kein Gold. Es gibt Pitu. Zieht auf jeden Fall, ja, spielbar aus, würde ich sagen. Also, ist okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Mittelfeld. Okay, let's go. Wir drehen am Rad. Und raus kommt, äh, Glück gehabt. Real-Florenz. Junge, wie oft kriegst du Real-Madrid? Das ist echt krass. Bei mir wird's jetzt, bei mir wird's Igor jetzt von Florenz. Ich habe eine Full-Florenz-Abwehr. Ja, bis jetzt. Und bei mir wird's Luka Modric, aber leider nur der in Form. Team of the EA wäre nice gewesen. Schade. Und weiter geht die wilde Fahrt. Wird's Florenz oder wird's Brasilien? Das ist echt krass. EA soll endlich wieder die brasilianische Liga zurückbringen. Das war so cool, Mann. Ohne Witz. Und es wird mal wieder Brasilien. Brasilien? Ohne Witz. Bei mir wird's, äh, der FC Barcelona. Also, ja, ich bin hier gut am durchlacken, sage ich jetzt einfach mal. Und beim FC Barcelona wird's Gavi. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Wer wird's bei dir? Gilherm Sitya von, äh, Konya Spor. Geil. Links-Verteidiger ist dran, würde ich sagen. Rein da. Wir drehen am Rad. Und raus kommt Farul Konstantar. Och. Nee, ey. Geil, Mann. Endlich mal ein paar schlechte Karten für dein Team. Und, oh, Florenz hat diesen am Rabatt als Special Card auf der Sechs. Das ist cool. Kurz haben die nicht mal einen Linksverteidiger. Doch. Kiki. Eine Bronze-Karte, Digga. Der sieht so schlecht aus. Das war's komplett. Das Ding ist over. Das ist, da kracht's. Äh, rechtes Mittelfeld. Ah, was gibt's denn da für Brasilianer? Rodrigo? Ich glaub, Jesus kann man auch RM zocken. Ja, stimmt. Es wird wieder Farul. Okay, das Team wird langsam absolut bodelos. Oh, geil. Ikone. Das ist stark. 97 Pace kann man immer noch zocken, den Mann. Hast du nicht grad von Brasilianern gesprochen? Ja, aber dann wird's halt doch Florenz. Ich hab ja auf einen Brasilianer gehofft, aber ich wurde enttäuscht. Bei mir wird's, äh, der nächste Bronze-Mann, ähm, immerhin einigermaßen stabiles Tempo. Großu. Auch mal einen schlechten für dich, hm? LM als nächstes. Ideal wär's, wenn ich jetzt noch zwei Brasilianer bekommen würde, weil dann wär mein Team auf Fullcamp. Bei mir wird's Real Madrid. Das könnte jetzt Balland mit einem Team of the Year vielleicht. Und es wird Eda Militao, aber auch nicht der Team of the Year, Mann. Das wär schon der zweite gewesen. Bei mir wird's Galeno. Kein Neymar, kein Fried. So, vorletzte Karte für unser Team wird nochmal ein von Breschkia-Decker aus der Calcio-B. Scheiße. Also, der Mann war bei Barca und Real, aber auch bei, ja, lassen wir's. Taliska, Ronaldos Teamkollege. Alles klar. Geil. Und bei mir wird's Adorni mit 73 Tempo, sieht der sogar einigermaßen in Ordnung aus. So, wir holen uns den letzten Mann ins Tor. Und da hoffe ich jetzt nicht nochmal auf Farul oder Breschkia, weil dann wird's böse. Und es wird... Florenz nochmal bei mir. Breschkia. Ja, auch nee, Digga, das war's komplett. Dementsprechend wird's auch eine Silberkarte. Lezerrini. Okay. Also, bei mir wird's jetzt eigentlich Kapral werden, aber auf den hab ich gar keinen Bock. Bro, würdest du mir erlauben, dass ich Jovic spiele? Das ist wenigstens ein Ex-Bundesliga-Spieler. Der hat zwei Punkte mehr. Ja, von mir aus. Alla, ich wünsche dir ein gutes. Dir auch. Großer. Hä, du hast doch gesagt. Hä, was ist das denn jetzt hier, Bro? So, willkommen zum Rache-Prank von deinem World Cup-Dings. Vor allem du noch so eben. Ja, aber es ist leider nicht mehr Toti. Ja, nein. Ich wünsche dir ein richtig gutes. Bellingham, vielleicht bringe ich dir noch zur Halbzeit, der sitzt noch auf der Bank. Gar keinen Bock mehr. Jo, Junge, die sind hier. Bruder. Junge, du hast keine Chance. Mal mit so einer Florenz-Abwehr. Geist, das ist krank. Geist, das ist krank. Komm, gib dem doch rot. Das wäre jetzt noch besser, hier zu sehen gegen Full-Toti. Aber immerhin Hachi ist drin. Und die Farol-Typen lassen sich echt krank gut zocken. Junge, Hachi hat sogar auch 99 Elber. Ja! Jo, was macht ihr denn da hinten? Komm. Hachi. Aha. Ja, den macht er. Fair gewonnen, das Ding hier. Können wir eigentlich direkt abpfeifen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das Geist ist krank wie gut. Ja gut, das ist schon irgendwie ein bisschen sinnlos gerade. Also der Prank ist damit auch eigentlich schon durch. Ah, wächst mir noch die Bude voll, Bro. Hilfe, ich will nicht mehr. Ah, kurz wahr auf dich ist verlass. Ja, macht echt Spaß. Macht echt Spaß. Ah, Bro, ich bin jetzt gerade aus Versehen auf so eine Taste gekommen. Ah, scheiße, Mann. So, Jungs, ich würde sagen, ich habe mich jetzt erstmal revanchiert. Und das Ding ist jetzt hier erstmal durch. Julian hat nicht geprankt. Ich habe ihn geprankt. Das soll es jetzt auch in nächster Zeit erstmal damit gewesen sein. Das war der größte Flexer-Prank, den man sich vorstellen kann. Wenn man schon mal das ganze Team auf die hier im Verein hat, dann muss man das auch kurz noch ausnutzen. Und ja, hat sich ganz gut spielen lassen. Hachi übrigens auch eine sehr geile Karte, kann ich echt empfehlen. Du, habe ich hier auf dem anderen Account dann noch gekauft. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Wir können das Format gerne auch demnächst nochmal richtig machen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Hast du noch was zu sagen, Julian? Nö, ich überlege mir gerade schon den nächsten Prank an hier. Seid gespannt, Freunde. Checkt hier noch ein aktuelles Video ab. Und ciao. Tschüss.